Hey allerseits, ich bin Sammy. Willkommen zurück zu meinem neuen Video. Heute habe ich für euch wieder einen Produkttest und ihr glaubt es nicht, wie lange ich darauf gewartet habe, diesen Produkttest zu machen. Ihr wisst ja, ich teste für mein Leben gerne Masken. Masken sind für mich so Bestandteil meiner Gesichtspflegeroutine, damit ich einfach die reine Haut habe, die ich habe. Ich habe schon zahlreiche Maskentests gemacht und die kommen immer sehr gut bei euch in der Community an. Sei es die Magnetmaske, die ich getestet habe, die total gut war am Ende, bis hin zur Aktivkohle, aufschandenden Maske und vielen weiteren. Ich verlinke sie euch in den weiteren Informationen, falls ihr diese ganzen Parts noch nicht gesehen habt. Aber heute fokussieren wir uns mal auf die Estee Lauder Advanced Night Repair Mask. Einer der wohl teuersten Masken auf dem Markt. Einer der teuersten Masken, die ich mir jemals in meinem Leben gekauft habe. Alles zum Testen. Hinterlasst dem Video unbedingt einen Daumen hoch, wenn ihr weitere Testvideos haben wollt. Und ihr könnt mir immer in den Kommentaren weitere Produkte vorschlagen, die ich testen soll. Und was ich auch noch wissen will, und dazu ist das Feedback heute auch ganz wichtig. Wollt ihr eine Winterweihnachtsverlosung? Weil dann würde ich jetzt, nachdem ich das Feedback zu diesem Video sehe, rausrennen und ein cooles Weihnachtspaket zusammenstellen. Und dann im Rahmen meiner Christian Sammy Serie verlosen. Würde ich das cool finden? Dann hinterlasst dem Video auch noch einen Daumen hoch. Diese Maske beinhaltet das Advanced Night Repair Serum. Und ich muss dazu sagen, ich persönlich habe es noch nie verwendet. Meine Mutter schwört darauf. Dieses Serum gibt es schon seit 1982. Und es wurde jetzt einfach in diese Maske reingebracht. Und ein Produkt, was sich schon so lange auf dem Markt hält. Und wovon meine Mutter schwärmt, kann eigentlich nur gut sein. Vor allem, ihr wisst ja, wie meine Mutter aussieht. Und sie hat wirklich, ich für ihr Alter, so eine junge, jugendliche Haut. Ich hoffe, ich habe ihre genen Mama, wenn du das siehst. Ich bin gespannt auf das Produkt. Aber erstmal ein paar Fakten zur Maske. Diese Maske hat 104 Euro gekostet. Hier drin sind vier Sheet Masks drin. Das heißt, wir sprechen von 26 Euro pro Maske. Die sprechen hier hinten auf jeden Fall von der Weltpremiere der Power Foil. Eine leistungsstarke Fließmaske mit einer Folientechnologie. Die zulässt, dass das Serum schnell und tiefenwirksam in die Hautoberfläche eindringt. Es unterstützt ein strahlendes Erscheinungsbild der Haut, spendet Feuchtigkeit und beinhaltet Hyaluronsäure mal zwei. Hyaluronsäure ist das, was im Endeffekt euer Gesicht und eure Gesichtshaut strafft und jung aussehen lässt. Deswegen bin ich doch mal gespannt, ob da drin ein bisschen Jungbrunnen ist. Also, so sieht das Ganze hier aus. Ich bin wirklich gespannt. Also, zuallererst stehen hier hinten die Instruktionen, wie man es auftragen soll. Step 1 und Step 2. Ich habe die Maske selbst noch nicht gesehen. Also, ich weiß nur, dass sie... Wow. Die ist ja richtig getränkt, die Maske. Okay. Das sieht aus wie eine Aluminiummaske. Ich habe natürlich mein Gesicht in vornherein gereinigt. Und... Wow. Ich glaube, die ist mir einen Ticken zu groß unter dem Gesicht. Warte mal kurz, habe ich es richtig gemacht? Oder muss ich das hier abziehen? Ne, ich glaube, das muss man so tragen. Bei solchen Masken ist es immer so schwer, weil ich frage mich immer, welcher Mensch hat so einen komischen, runden Mund, dass das so reinpasst? So kann irgendjemand mal eine Maske mit echten Gesichtsformen herstellen? Eine Maske, die speziell für runde Gesichter ist oder eckige oder lange Gesichter. Was habt ihr eigentlich für eine Gesichtsform? Meist ist ja ein bisschen länger. Und der obere Part. Nein, das sind 26 Euro, hallo. Du bleibst gefälligst auf meinem Gesicht. Oh Gott, das wäre eigentlich der perfekte Halloween-Look gewesen hier. Das ist aber eine krasse, echte Folienmaske. Ich sehe aus wie aus... Ich weiß nicht aus welchem Film, aber... Die Maske muss man jetzt für 10 Minuten auf dem Gesicht tragen. Und kann sie anschließend abziehen. Ich erhoffe mir eigentlich durch diese Folie, dass das ganze Serum und die Inhaltsstoffe dieser Maske richtig in die Haut eindringen. Und ich bin echt aufs Ergebnis gespannt. Also, ich werde mir jetzt mal einen Timer setzen und dann sehen wir uns in 10 Minuten wieder. So, Zeit zum Entspannen. 10 Minuten. Und hoffentlich sehe ich ein paar Jahre immer aus. Ich kann das echt sehr gut gebrauchen nach dieser ganz langen Woche. Weil, ihr wisst ja, ich bin ja gerade umgezogen. Und so ein Zimmer richtet sich ja auch nicht von selbst ein. Nur, man muss ja auch hier und da was zusammenbauen. Hier und da für den Elektriker sorgen. 10.000 Dinge erledigen. Gleichzeitig hat man Projekte, an denen man arbeitet. Oh Gott, 2017 wird so geil. Und ich freue mich schon so sehr, euch von den ganzen Sachen zu erzählen. Ich mag es ja, diese Masken-Videos zum Entspannen zu nutzen und dann auch zu nutzen, um mit euch zu reden. Was geht bei euch so? Wie ist euer Winter bis jetzt? Wann habt ihr Ferien, Urlaub, Semesterferien? Was studiert ihr? Welche Klasse geht ihr? Wie alt seid ihr? Wer diese ganzen Fragen beantwortet, der kriegt einen Bonus, eine Bonusstelle in meiner Community. Lami, komm mal gucken. Lami, Lami, Lami. Die Estee Lauder Advanced Night Repair Mask. Oh, irgendwas für dich. Die macht mich jung und knackig. Machst du geil. Workout, crunches. So, ich sehe aus dem Roboter. Komm mal. Scheiße, aber die Maske hält nicht. Ich merke auf jeden Fall, wie die Inhaltsstoffe in meine Haut eindringen. Sagen wir es mal so. Und ich merke, wie die Maske langsam aber sicher antrocknet. Ich sehe aus wie ein Ritter. So, 10 Minuten sind vorbei. Jetzt wird Zeit, die Maske abzuziehen. Okay, sie ist jetzt schon voll angetrocknet. Wow. Ich glaube selber, dass da noch einiges von der Maske auf der Haut ist. Und das soll man im besten Fall natürlich auch verreiben. Das ist ja dieses richtig, richtig gute Serum. Also die Haut fühlt sich richtig gut an. Muss ich sagen. Not bad, not bad. Also jetzt, wo das in die Haut eingezogen ist, fühlt sich die Haut richtig gut an. Und ich habe das Gefühl, sie wirkt sehr erfrischt. Fühlt sich nicht mehr so trocken an. Aber das war ja auch abzusehen. Vor allem so sehr, wie diese Maske und Folienmaske einfach in dem Serum getränkt ist. Ich muss aber dazu ganz ehrlich sagen, sie sprechen ja hier auf der Verpackung unsere Weltpremiere Powerfoil. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt nichts davon bemerkt. Ich bezweifle irgendwie, dass hinter dieser Folie irgendwas steckt. Außer, dass das die ganze Maske irgendwie cooler wirken lässt. Als ich Powerfoil gelesen habe, dachte ich eigentlich, dass diese Maske aus irgendeinem Grund den ganzen Wirkstoff aktiviert, indem es das Ganze aufwärmt. Davon bin ich irgendwie ausgegangen, dass die Poren sich öffnen und da Wirkstoff noch besser einziehen kann. Weil das habe ich mir unter Powerfoil und der Unterstützung, dass das Produkt in die Haut einträgt. Aber da ist nichts wirklich passiert. Ich glaube, das ist einfach nur... Jo. Ich dachte ernsthaft, man trägt sie so auf. So wäre sie auch richtig gut an der Haut gehaftet. Wow, cooler Look. Aber ich muss sagen, die Haut fühlt sich super gut an. Ich bin auf jeden Fall überzeugt von den Inhaltsstoffen innerhalb dieser Maske. 104 Euro. Finde ich aber dennoch viel zu teuer für vier Masken. Aber ich meine, Estelaide ist auch eine Luxusmarke. Was erwartet man? Würde ich es mir wieder kaufen? Ich denke nicht. Dazu, finde ich, gibt es genug andere Masken in einem günstigeren Preissegment, die ebenfalls eine sehr gute Wirkung auf die Haut haben können. Das Serum selber würde ich mir aber, glaube ich, kaufen. Weil ich glaube, man zahlt einfach für diese Powerfoil-Technologie. Man zahlt dafür, dass es eine Maske ist. Und Sheetmasks sind jetzt zur Zeit einfach so im Trend. Und jeder benutzt Sheetmasks. Und ich meine, ihr kennt das. Und bei mir gehören die auch dazu. Aber meine sind weitaus günstiger. Dennoch ein gutes Produkt. Also von fünf Sternen würde ich dem Produkt dreieinhalb geben. Und der Großteil der Sterne geht eigentlich davon ab, dass das einfach zu teuer ist. Und dass diese Folie an sich voll das Gimmick ist, was man nicht wirklich braucht. Was zusätzlich den Preis steigert. Deswegen die Minuspunkte. Aber sonst, wie sich meine Haut anfühlt, wie sie aussieht, finde ich super. Falls ihr dennoch Interesse habt, die Maske natürlich auszuprobieren. Ich werde sie euch in den weiteren Informationen verlinken. Und zeigen, wo es sie zu kaufen gibt. Aber ja, ich freue mich auf die nächsten Produkttests. Und ich freue mich auf eure Vorschläge. Lasst mich unbedingt wissen, ob ihr weitere Produktvorschläge habt. Hätte lasst es mir in den Kommentaren. Abonniert meinen Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und checkt hier auf dem Bildschirm meine letzten beiden Videos aus. Christmas with Sammy. Wir sind im vollen Gange. Und ich produziere, wie ihr seht, schon mehr Videos. Als sonst. Und ich hoffe, ihr freut euch. Also abonniert meinen Kanal, um keine weiteren zu verpassen. Meinen Vlog-Channel, den verlinke ich euch auch hier auf dem Bildschirm. Klickt da drauf. Da gibt es Vlogs aus meinem Alltag. Aus meinem weihnachtlichen, winterlichen Alltag. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Euer Sammy. Tschüss. 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 Vielen Dank.